Ein Kollege von Michael, Peter, ist Frischvater geworden. Windeln wechseln, Fläschchen geben sind noch neu für ihn. Deshalb fragt er Michael als erfahrenen Vater, wie er zum Impfen steht. Peter hat gehört, dass es auch Impfschäden geben kann. Michael freut sich über diese Frage, weil er sich lange damit beschäftigt hat. Moderne Impfstoffe sind effektiv und gut verträglich. Durch die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen können Kleinkinder heute mit nur sieben Injektionen effektiv gegen neun Infektionskrankheiten geschützt werden. Unerwünschte, schwerwiegende Nebenwirkungen werden nur in ganz seltenen Fällen beobachtet. Aber kann man nicht auch schädliche Impffolgen wie Autismus, Diabetes, MS als Impfschaden bekommen? Peter will alles richtig machen. Diese Folgen sind bis jetzt unbelegt. Infektionskrankheiten waren in der Vergangenheit die häufigste Todesursache. Noch im 19. Jahrhundert starben jährlich 65.000 Kinder allein an Keuchhusten, Diphtherie und Scharlach. Dass heute solche Todesfälle die große Ausnahme darstellen, haben wir unter anderem den Schutzimpfungen zu verdanken. Natürlich ist das Risiko heute auch für ungeimpfte Kinder niedriger, an diesen Krankheiten zu sterben. Es gibt weniger übertragende, ungeimpfte Kinder. Rund 95 Prozent der Erstklässler haben alle wesentlichen Grundimpfungen erhalten. Masern, Keuchhusten oder Mumps sind alles andere als harmloser Kinderkram. Sie sind hoch ansteckend, können sich sehr schnell ausbreiten und schwere Folgen haben. Aber ab wann macht es Sinn, mit dem Impfen zu beginnen? Zum Aufbau eines frühen Immunschutzes sollen die meisten empfohlenen Impfungen bereits im dritten Lebensmonat begonnen werden. Nach Empfehlungen sollten Kinder spätestens bis zum vollendeten 14. Lebensmonat eine Grundimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Pertussis, Polio, Hepatitis B und Hämophilus Influenza Typ B besitzen, sowie mindestens einmal gegen Masern, Mumps und Röteln, MMR und Windpocken geimpft sein. Die zweite MMR-Impfung sollte bis zum Ende des zweiten Lebensjahres erfolgen. Peter ist froh, dass er Michael gefragt hat und wird sofort Termine beim Kinderarzt vereinbaren, die die BIC direkt gesund übernehmen wird. Ein Kollege von Michael, Peter, ist Frischvater geworden. Windeln wechseln, Fläschchen geben sind noch neu für ihn. Deshalb fragt er Michael als erfahrenen Vater, wie er zum Impfen steht. Peter hat gehört, dass es auch Impfschäden geben kann. Michael freut sich über diese Frage, weil er sich lange damit beschäftigt hat. Moderne Impfstoffe sind effektiv und gut verträglich. Durch die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen können Kleinkinder heute mit nur sieben Injektionen effektiv gegen neun Infektionskrankheiten geschützt werden. Unerwünschte, schwerwiegende Nebenwirkungen werden nur in ganz seltenen Fällen beobachtet. Aber kann man nicht auch schädliche Impffolgen wie Autismus, Diabetes, MS als Impfschaden bekommen? Peter will alles richtig machen. Diese Folgen sind bis jetzt unbelegt. Infektionskrankheiten waren in der Vergangenheit die häufigste Todesursache. Noch im 19. Jahrhundert starben jährlich 65.000 Kinder allein an Keuchhusten, Diphtherie und Scharlach. Dass heute solche Todesfälle die große Ausnahme darstellen, haben wir unter anderem den Schutzimpfungen zu verdanken. Natürlich ist das Risiko heute auch für ungeimpfte Kinder niedriger, an diesen Krankheiten zu sterben. Es gibt weniger übertragende, ungeimpfte Kinder. Rund 95 Prozent der Erstklässler haben alle wesentlichen Grundimpfungen erhalten. Masern, Keuchhusten oder Mumps sind alles andere als harmloser Kinderkram. Sie sind hoch ansteckend, können sich sehr schnell ausbreiten und schwere Folgen haben. Aber ab wann macht es Sinn, mit dem Impfen zu beginnen? Zum Aufbau eines frühen Immunschutzes sollen die meisten empfohlenen Impfungen bereits im dritten Lebensmonat begonnen werden. Nach Empfehlungen sollten Kinder spätestens bis zum vollendeten 14. Lebensmonat eine Grundimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Pertussis, Polio, Hepatitis B und Hämophilus Influenza Typ B besitzen, sowie mindestens einmal gegen Masern, Mumps und Röteln, MMR und Windpocken geimpft sein. Die zweite MMR-Impfung sollte bis zum Ende des zweiten Lebensjahres erfolgen. Peter ist froh, dass er Michael gefragt hat und wird sofort Termine beim Kinderarzt vereinbaren, die die BIC direkt gesund übernehmen wird. Ein Kollege von Michael, Peter, ist Frischvater geworden. Windeln wechseln, Fläschchen geben sind noch neu für ihn. Deshalb fragt er Michael als erfahrenen Vater, wie er zum Impfen steht. Peter hat gehört, dass es auch Impfschäden geben kann. Michael freut sich über diese Frage, weil er sich lange damit beschäftigt hat. Moderne Impfstoffe sind effektiv und gut verträglich. Durch die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen können Kleinkinder heute mit nur sieben Injektionen effektiv gegen neun Infektionskrankheiten geschützt werden. Unerwünschte, schwerwiegende Nebenwirkungen werden nur in ganz seltenen Fällen beobachtet. Aber kann man nicht auch schädliche Impffolgen wie Autismus, Diabetes, MS als Impfschaden bekommen? Peter will alles richtig machen. Diese Folgen sind bis jetzt unbelegt. Infektionskrankheiten waren in der Vergangenheit die häufigste Todesursache. Noch im 19. Jahrhundert starben jährlich 65.000 Kinder allein an Keuchhusten, Diphtherie und Scharlach. Dass heute solche Todesfälle die große Ausnahme darstellen, haben wir unter anderem den Schutzimpfungen zu verdanken. Natürlich ist das Risiko heute auch für ungeimpfte Kinder niedriger, an diesen Krankheiten zu sterben. Es gibt weniger übertragende, ungeimpfte Kinder. Rund 95 Prozent der Erstklässler haben alle wesentlichen Grundimpfungen erhalten. Masern, Keuchhusten oder Mumps sind alles andere als harmloser Kinderkram. Sie sind hoch ansteckend, können sich sehr schnell ausbreiten und schwere Folgen haben. Aber ab wann macht es Sinn, mit dem Impfen zu beginnen? Zum Aufbau eines frühen Immunschutzes sollen die meisten empfohlenen Impfungen bereits im dritten Lebensmonat begonnen werden. Nach Empfehlungen sollten Kinder spätestens bis zum vollendeten 14. Lebensmonat eine Grundimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Pertussis, Polio, Hepatitis B und Hämophilus Influenza Typ B besitzen, sowie mindestens einmal gegen Masern, Mumps und Röteln, MMR und Windpocken geimpft sein. Die zweite MMR-Impfung sollte bis zum Ende des zweiten Lebensjahres erfolgen. Peter ist froh, dass er Michael gefragt hat und wird sofort Termine beim Kinderarzt vereinbaren, die die BIC direkt gesund übernehmen wird.